Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und ich möchte dir zeigen, wie du mit der Funktion Repeats von den Operators eine lange Note in viele kleine einzelne Noten zerlegst. Aber legen wir da einfach mal los. Der Repeats Operator teilt ja eine Note sehr komfortabel in mehrere Noten auf. Das ist ja nichts neues. Das können entweder dann gleich lange, kürzere oder längere Noten werden. Machen wir das einfach mal. Ich mache hier mal einen Clip rein. Dann gehe ich hier in den Edit-Modus und zeichne bei dem E. So, machen wir noch die Velocities rein. So, ich habe hier schon mal was verändert. Das machen wir vielleicht erstmal hier aus. Sowas in der Richtung. So, und die lange Note, die ich jetzt hier habe, ich mache die gerade mal ein bisschen breiter hier. Die kann ich jetzt hier auf der linken Seite im Inspektor mit den Operators, in der zweiten Zeile von den Operators sind die Repeats. Da kommt auch das Popup hier. Kann ich jetzt reinklicken und die Maustaste nach vorne schieben. Dann teilt sich diese Note auf. Sieht man auch schön, wie dann so die einzelnen Velocity-Werte da nochmal angezeigt werden. Das heißt, ich kann jetzt in dem Vierviertel-Takt diese Note, die einen Takt lang ist, in elf Teile unterteilen. Ist auch nichts Neues. So, ich kann dann natürlich auch nochmal mit dem, mit der Velocity hier nochmal so eine Rampe bauen oder das quasi andersrum machen, wenn ich das hier anfasse und dann da hoch mache. So, und natürlich kann ich das Ganze auch nochmal mit dem Slider hier auf der linken Seite nach links oder rechts ziehen. Das ist dann so, wie man so ein Set aus Gumminoten zusammenstaucht oder auseinander zieht. So, das kann man jetzt natürlich auch so verwenden oder man kann so ein bisschen kreativer werden. Und zwar, ich mache das jetzt alles mal wieder auf gleich lange Noten zum Beispiel und teile jetzt diese Repeats-Note, diese eine Note in alle separaten Noten auf. Dann gehe ich mit einem Rechtsklick auf die Note drauf und wähle dann Slice at Repeats aus. So, und jetzt habe ich einzelne Noten hier. Und mit denen kann ich jetzt natürlich alles machen, was ich will. Die hören sich ja am Anfang erstmal genauso an. Dann kann ich die nehmen, alle auswählen mit STRG A und dann zum Beispiel alle kürzer machen. Könnte natürlich auch hier bei der Länge sagen, das sollen jetzt alle 16 Noten sein. Dann sind jetzt alle in 16 lang. Kann die jetzt natürlich auch in der Tonhöhe zum Beispiel verschieben. Mache ich jetzt einfach mal hier so. Sehr kreativ hier. So ein bisschen der weiße High, nur ein bisschen falsch. Aber egal. Und ich kann immer noch natürlich die Velocities ändern. Dazu muss ich aber hier das Bleistift, das ist Pen-Symbol nehmen. Symbol. Und dann die Alt-Taste gedrückt halten. Dann ändert sich der Cursor hier. Dann klicke ich mit der linken Maustaste rein, ziehe hier quasi so die Linie, lasse die Maustaste los. Müsste natürlich auch erst, glaube ich, die Noten auswählen. Mit 3 schalte ich um. Genau. Nur die ausgewählten Noten. Hat nochmal so einen kleinen Vorteil. Den kann ich zeigen. Jetzt lasse ich die Maustaste los, halte aber die Alt-Taste weiterhin gedrückt. Und kann mit der rechten gedrückten Maustaste hier nochmal so eine Kurve reinbringen. So, und was jetzt mit den ausgewählten Noten ist, ich könnte jetzt einfach hier ein paar Noten auswählen. Diese hier. Und kann die, drücke ich mit der 3, kann die jetzt einfach Alt-Taste gedrückt hier quasi ausrichten. Das ist die jetzt. Maustaste, linke Maustaste loslassen, Alt-Taste gedrückt halten, rechte Maustaste. Mache hier eine Kurve rein. Jetzt machen nur diese Noten eine Kurve quasi. Könnte man zum Beispiel benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel alle Noten aus einer, von einem Ton langsam lauter machen will. Ich mache jetzt einfach gerade mal hier, hier wollte ich was ganz anderes beschreiben. Aber das ist irgendwie auch interessant. So, und jetzt mache ich zum Beispiel, nehme ich die, das sind ein paar mehr Noten. Und Pen-Tool, die 3 gedrückt, Alt-Taste fange ich von hier unten an und mache da immer lauter. Rechte Maustaste mit ein bisschen eine Kurve. Zum Beispiel. Klingt jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber wäre eventuell eine Möglichkeit. Jetzt hatte ich hier ja schon ein bisschen was voreingestellt und zwar habe ich hier die Velocities genommen und habe hier einfach den Filter und die Resonanz so ein bisschen gedreht. Und hier habe ich das so gemacht, wenn der, wenn die Velocity groß ist, wird der Filter zugemacht und die Resonanz auch quasi weniger Resonanz gegeben, also auch nach links gedreht. Und wenn weniger Velocities, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es richtig herum erklärt habe, also bei weniger Velocities wird der Filter aufgedreht und die Resonanz aufgedreht und bei mehr Velocities wird der Filter zugedreht und die Resonanz so ein bisschen rausgenommen. Und das kann ich hier natürlich auch nochmal. Und das kann ich hier natürlich auch nochmal. Und das gleiche kann ich natürlich dann auch nochmal machen. Mache hier mal einen zweiten. Steuerung L, um das Ganze zu lupen. Dann nehmen wir hier wieder einen E, weil ein E so schön war. Zack. Und machen dasselbe nochmal. Steuerung Taste gedrückt und Mausrad kann ich das hier schön groß und klein machen. Dann nehme ich hier nochmal die Operators. Mache hier irgendwas. So, dann stauche ich das irgendwie. Machen wir es vielleicht so. Dann rechts klick Slice at Repeats. Jetzt habe ich wieder die einzelnen. Kann ich hier vielleicht auch wieder... Ne, machen wir es einfach mal. Shift-Taste gedrückt gehalten. Beziehungsweise ich kann es doch hier auch Snap am Grid machen. Vielleicht dass die hinteren nicht ganz so klein sind. Können jetzt auch hier einzeln die... Kann man auch schöne Sachen machen mit. Dann das Ganze ja lupen. Oder mit R. Das Ganze umdrehen. Man kann sich da halt einfach so ein bisschen austoben mit der ganzen Funktion. So, und jetzt gibt es noch eine Funktion. Machen wir hier einen neuen Clip rein. Und bei der Funktion weiß ich jetzt gar nicht, was da passiert ist. Weil... Beschreibung gibt es nicht. Und... So richtig schlau werde ich auch nicht raus. Wieder die Repeats-Funktion. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Weil ich werde da jetzt ehrlich gesagt nicht ganz schlau draus. So, Repeats-Funktion wieder hier im Inspektor. Nach vorne teilt er sich so auf. Und nach unten teilt er sich so auf. So, ursprünglich dachte ich... Okay, ich habe ja die Note jetzt irgendwie über den kompletten Takt gezogen. Ähm... Ja, ist erstmal so ähnlich. Dann mache ich die Note so ein bisschen kleiner. Okay, das war jetzt blöd ausgewählt mit den Vierteln. So... Waren wir nochmal ganz... Ups... Waren wir nochmal ganz lang hier. So... Jetzt habe ich sieben Teile eingeteilt. Und die bleiben jetzt einfach. Das heißt, die siebene Einteilung ist pro Takt. Und zwar pro Viervierteltakt. Wenn ich hier oben umschalte in Dreiviertel ändert sich das nicht. Das richtet sich immer an einem Viervierteltakt aus. Ähm... Lustig wird das dann auch nochmal. Ich hatte halt einfach gedacht, okay, der nimmt halt einfach die Takte Länge und mache da quasi die Schnitte rein. Äh... Ich habe Hunger, ich will eine Schnitte. Und ähm... Dann kann ich die Note quasi klein machen. Und es ist dann nur dieser Bereich von dieser Einteilung der quasi, wo ich die Note gezogen habe. Und ähm... Könnte jetzt quasi hier noch eine andere Note reintun. So... Diese andere Note... Ist jetzt natürlich eine neue Note. Auf die gilt das jetzt nicht mehr. Okay, das ist auch in Ordnung so. Kann man so machen. Ähm... Lustig wird das Ganze... Ich ziehe die nochmal lang. Wenn ich jetzt hier das Ganze stauche. Und hier jetzt die Note kleiner mache. Dann wird das richtig lustig. Also ich glaube eher, da ist da was schief gegangen, als dass das irgendwie Absicht ist. Oder wie gesagt, ähm... Ich... Weiß halt nicht, welche Absicht dahinter steckt. Ähm... Bitte Erklärung in die Kommentare. Ich weiß es halt einfach nicht. Also ähm... Aber das... Das Schöne ist... Sagen wir es einfach mal so. Dadurch, dass das hier scheinbares Chaos für mich persönlich ist. Kann man da natürlich auch schön mit rumspielen und Sachen machen. Na, wenn ich jetzt eine zweite Note reinmache und mach das hier jetzt auch nochmal und schieb das jetzt einfach hin und her. Kann ich diese eine Note irgendwie an dem Takt ausgerichtet unterteilen. Dann... Dann haben wir nochmal eine Note rein. Dann haben wir nochmal eine Note rein. Und das hier an der Stelle nochmal. Machen wir es vielleicht so und so. Dann haben wir so eine ungefähre... Dann haben wir so eine ungefähre... Eine ungefähre Rhythmik drin. Also man kann sich da eventuell nochmal irgendwie was zusammendichten. kann es natürlich auch wieder mit Slice at Repeats machen. Dann hat man wieder die einzelnen Noten und kann die nochmal irgendwie versuchen in Position zu bringen. Dann müssen wir es in der Richtung zu machen. Also wie gesagt, das ist die mystische Funktion von KA. Und eine andere kleine Sache, die man vielleicht noch mit den Note Repeats machen könnte, so ein bisschen, sag ich jetzt mal so, ist wenn Leute Rhythmus üben. So. Ich mache das hier mal laut. Wo ist denn meine Note wieder hin? So, nenne ich jetzt hier einfach mal zum Beispiel 4 Vierteltakt. Ich schalte hier oben das Metronom ein. Dann ist das ja konsistent. Und wenn ich jetzt einfach 5 Schläge pro Vierteltakt schlagen will... Und vielleicht sollten wir vorne anfangen und nicht irgendwo in der Mitte. Warum jetzt dieser Play Cursor nicht mitkommt. Und so kann man dann einfach versuchen so ein bisschen quasi Rhythmus üben mit Klatschen oder irgendwie nur 3 Noten pro 4 Vierteltakt. Gleichmäßig verteilt. Zum Beispiel. Oder wenn man es halt irgendwie ganz crazy haben will, noch mit Stauchung. Ist auf jeden Fall gut, um so ein bisschen zu üben. Gerade wenn man es nicht so richtig hat mit dem Rhythmus, hat man hier auf jeden Fall eine Möglichkeit irgendwie lustige Sachen zu machen und versuchen das Ganze irgendwie nachzuklatschen zum Beispiel. So und bei mir war das so, als ich das Tutorial vorbereitet habe, weil ich diese Funktion mit dem Slice und den Repeats zeigen wollte, ist mir natürlich dann irgendwie gleich wieder mal so ein Track eingefallen. Und so als kleinen Bonus zum Abschluss von dem Tutorial will ich euch den auch vorspielen, wenn ihr noch Lust habt und zuhören wollt. Ansonsten würde ich mich freuen, euch bei dem nächsten Video wieder zu sehen. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Chat. Ciao, ciao. How low can you go? 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 How low can you go?